Was brauche ich, wenn ich nicht kommunikiere? Was muss ich anziehen? Anziehen? Also wir haben eigentlich keinen Dresscode. Es ist einfach vernünftig, dass man nicht Alltagskleid und dann muss man ein Ölzeug haben. Wenn jetzt jemand überhaupt kein Ölzeug hat oder noch nicht sicher ist, ob er in Zukunft segeln will, dann soll er uns anfragen. Wir haben einige Gebrauchte zum Verleihen, hängt natürlich von der Größe ab und so. Dann soll er einfach mit uns Kontakt aufnehmen und können wir in den meisten Fällen etwas besorgen. Was wirklich sehr wichtig ist, auch von der Sicherheit her. Dass man Schuhe hat, die mit rutschfesten Zonen. Die Livewest und die ganze Sicherheitsausrüstung, die kommen von uns. Also keine Schwimmweste. Was wichtig ist, praktisch ist, ist so eine Stirnlampe wegen Petzl oder so. Eine, die nicht so kompliziert ist, aber ablehnbar ist. Und vielleicht auch eine, die wichtig ist, auch ein Rotlicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hearted Bildung des ZDF für funk, 2017 Absolut Aus Irrer Ed